Der FZ100 von Stoll ist der wohl größte Frontlader der Welt. Mit seiner enormen Hubhöhe von 5 Metern und seiner außerordentlichen Hubkraft von 3,5 Tonnen ist er ein Frontlader für echte Profis. Zum Beispiel für Lohnunternehmer. Er wurde speziell für Traktoren mit mehr als 200 PS entwickelt. Natürlich muss der FZ100 in diesem Leistungssegment höchste Anforderungen an Stabilität und Ladeleistung erfüllen. Wie alle Stoll-Frontlader der FZ-Serie erkennt man auch den FZ100 sofort an seinem modernen Design und seiner Z-förmigen Kinematik. Diese sorgt für beste Sicht von der Fahrerkabine auf das Werkzeug. Trotz der enormen Größe dieses Frontladers ist die Arbeit mit ihm aber genauso einfach und komfortabel wie mit seinen kleineren Geschwistern. Dafür sorgen viele praktische Features, die es beim FZ100 bereits serienmäßig gibt. Zum Beispiel die Niveauautomatik Return to Level, bei der sich das Werkzeug beim Absenken per Knopfdruck wieder auf das richtige Bodenniveau einstellt. Oder die Schnellentleerung, die nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern vor allem Ladezeit einspart. Das lästige Nicken und Schwingen bei Transportfahrten auf unebenem Untergrund wird durch das ebenfalls serienmäßige Dämpfungssystem Comfort Drive fast vollständig eliminiert. Trotz seiner enormen Größe funktioniert alles andere wie Nachschöpffunktion, Werkzeugwechsel oder das Anbau- und Einfahrsystem perfekt, einfach und zuverlässig. Der FZ100 ist eben ein echter Stoll. Ein Frontlader von Profis für Profis. Stoll – der Frontlader-Spezialist Stoll – der Frontlader-Spezialist